Es läuft gut für die erste Herrenmannschaft des BFC Preußen in dieser Saison. Auf Platz 2 der Tabelle und mit dem Aufstieg ein klar definiertes Ziel vor Augen. Doch der Verein beweist am kommenden Wochenende, dass er auch abseits des regulären Spielbetriebs Ausrufezeichen setzt. Wir werden hier für den 2-jährigen Carlos eben eine DKMS-Veranstaltung durchführen, wo man sich kostenlos typisieren lassen kann, wo man aber auch bei einem Rahmenprogramm hier nette Stunden verbringen kann. Carlos ist zwei Jahre alt und hat Leukämie. Beim Stadionfest unter dem Motto, Fußball trifft Eishockey gegen Blutkrebs, wird nach dem passenden Stammzellenspender für den Jungen gesucht. Die Ergebnisse auf dem Platz sind an diesem Tag nebensächlich. Es ist dermaßen egal, wer hier Erster oder Dritter wird. Jeder kriegt einen Pokal. Hier soll ein bisschen gezaubert werden. Und wie gesagt, Fußball ist an dem Tag etwas Nebensache. Wir wollen halt einfach alle helfen. Beim Kleinfeldturnier treten die Hans-Rosenthal-Elf, die Ü50 von Hertha BSC und eine BFC Preußen All-Stars-Mannschaft gegeneinander an. Zecke Neuendorf ist heute Teil des Trainerteams der ersten Herren vom BFC Preußen. Er unterstützt die Aktion und hofft unabhängig vom Wetter auf ein volles Stadion. Allgemein finde ich, alles oder jeden Grund und guten Zweck, wo man hilft, ist eine gute Sache. In diesem Fall vom BFC Preußen mitorganisiert. Also DKMS von Hertha BSC-Seitenhaus wird auch viel unterstützt. Und ich glaube, dass es einen guten Rahmen gibt für eine gute Sache. Alle Einnahmen des Stadion-Fests, zu dem auch der Eishockey-Regionalligist ECC Preußen erwartet wird, gehen zu 100 Prozent an die deutsche Knochenmark-Spender-Datei. Im Mittelpunkt steht allerdings natürlich die Suche nach einem passenden Stammzellenspender für den kleinen Carlos. Stammzellenspender für den Knochenmark-Spender-Datei.